Kam dazu, dass der Trainer und wichtige Leistungsträger wie Egli oder Ramzi in der Zwischenzeit neu zu Xamax gewechselt hatten. Zurück zum Spiel von gestern, zurück zur dritten Minute. Smaic sorgte bei seinem ersten Corner für Xamax gleich für den ersten Torjubel in Neuenburg. Und in dieser Finalrunde überhaupt. Zufall war dieses Tor nicht. Smaic war das, was man ihm immer nachsagt. Weswegen man ihn eingekauft, weswegen man ihn entlassen hatte. Ein Schlitzohr nämlich. Ich sah, dass der Torhüter drei, vier Meter hinter seinen Feldspielern stand. Sah, dass der Mann beim Pfosten nicht sehr groß ist. Da habe ich es eben versucht. Aus. 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 Vielen Dank.